Hi, ich bin Melli von NUSHU und wir sind bei Amazon und schauen uns jetzt an, wie sich sie arbeitet. Folgt mir! Ich wollte dir einmal ganz kurz erklären, was sich hinter dem Vendor-Management bei Amazon so verbirgt. Was man bei uns macht, ist wirklich, man ist Unternehmer im Unternehmen. Die Vendoren sind definiert als diejenigen, wo wir die Ware kaufen und sie dann unsere Amazon-Kunden weiterverkaufen. Man hat eben nicht nur die Einkaufsseite unter Verantwortung, sondern eben auch die Kundenseite. Wen wünscht ihr euch denn? Wir wollen immer das Beste für den Kunden und dann ist es auch wichtig, dass wir da Qualität liefern und dass da jeder auch die Extrameile dann mal geht, wenn es sein muss. Was gibt es denn hier noch für Benefits, von denen du davor noch nie gehört hast? Wir haben einen sogenannten Kids at Work Day. An einem Tag können alle Mitarbeiter ihre Kinder mitbringen. Gemäß unseres Mottos Mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn sich viele von euch da draußen bewerben. In diesem Sinne, danke! Bis zum nächsten Mal!